Musik Mach keine Dummheit. Dieses Stück Scheiße hier hat Russland drei Atomwaffen geklaut und an einen Mann namens Solomon verschäbelt. Solomon benutzt die Bellare. Er hat mindestens zwei Ziele, New York und Paris. Er transportiert die Waffen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Bombe für New York will er sehr bald am Times Square zünden. Das darf nicht passieren. Wir können einen möglichen Krieg verhindern. Nur wir beide. Keine Politiker. Kein Geld, das die Taschen wechselt. Nur zwei Soldaten, die die Wache zahlen. Hilf mir. Hilf mir, das durchzuziehen. Das war's. Ich muss jetzt gehen. Wenn du ihn nicht erschießt, werden Millionen sterben. Verbündeter Rückenamt! Ich sagte runter! Ah! Denk daran. Du alles, was nötig ist, um Solomon aufzuhalten. Ich habe ihn aufgenommen. Oh! 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 Oh!